Seine einzige Chance nach Haus Das ist ja wie mit einem Kind zu verreisen. Waren Sie auf dem Klo? Ah, stimmt, ich muss nach Pipi. Ist dieser Typ Warum hast du die Asche deines Vaters in einer Kaffee-Dose? Weil er tot ist, Peter. Vom Geschäftsführer von Hangover Ich find ihn köstlich. Ich hab den Kaffee genommen, den er dabei hatte. Stichtag im Kino